so hallo wir machen weiter bei exalabayas adventure das letzte mal haben wir die undertale welt gespielt die sonic welt gespielt die minecraft welt gespielt und die meiner ultra welt das waren die vier genau jetzt haben wir cca ich habe keine ahnung was das ist muss ich ganz ehrlich sein und da oben haben noch den mario make-up aber wir spielen das mal cca das ist cca sieht auf jeden fall voll schön aus ich kann da nicht drauf okay aber da kann ich hoch und da gibt es wieder joshicoins okay das kann ich nicht kaputt machen da ist wieder okay die musik kaputt naja muss ich groß sein ich wollte gerade sagen wie mache ich das denn jetzt nein jetzt ist mein pilz weg jetzt komme ich da nicht mehr raus durch als wenn ich wieder groß bin ja oh boy kann ich hier stehen ich habe hier stehen ja dass der ranke drin ach so dass wir okay das ist einfach nur der rück ach so ich muss da runter um das hier nach oben auszulösen ja okay das ergibt sind jetzt du hast nicht mal ich habe wohl krepp gemacht habt ihr es gesehen spült zurück und seht euch meinen großartigen so ob es bisher waren es wie neben zwar nicht wirklich kann ich will ich da will ich ist da das hat wie ein secret gewirkt warum warum fällt mir da einfach runter und dann ist es nicht mal was ich habe fragen viele sehr viel ich krieg sie nicht verantwortet als komme ich nein jetzt komme ich da nicht ran doch von unten komme ich daran stimmt es muss ich ja gar nicht stressen ich kann ja einfach her ich kann ja einfach so dahin so wird das da unten muss mir noch mal angucken da bin ja auch Mist da bin ich noch nicht so ganz äh so hier ist nichts wait man kann hierhin weiter schwimmen für die joshikon oder was aha oh da ist mein midway point die musik ist cool aber wie gesagt ich kenne das level nicht also das spiel nicht zu dem das passt ich nehme das springwort jetzt nicht mit ich habe es noch nie gebraucht ich habe es immer nur mit mir rumgetragen habe ich alle schon nein ich habe die stadt habt ihr die stacheln gesehen frage für ein freund jetzt muss ich die joshikons wieder diese dies nie dies eingesammelt okay sind jetzt eingesammelt ich habe das wäre ja auch cool jetzt geht es hier bei 1 wieder okay dann gucke ich erst wo die fünfte ist dass ich es weiß fürs nächste mal dann machen wir erst den normal exit ja hier ist der normal exit und da ist dann die andere joshikon okay dann kann man hier rein gut also der normal exit und noch mal die joshikon sammeln dafür war das springboard diesmal wichtig ich glaube oh mein gott aber das wird einfach sein ich glaube nicht dass das dann so ein rasierer aber der bg wird so weil er hat ja bisher einfache level gebaut es wird einfach aussieht wie ich mache mir da jetzt keine illusion dass das schwierig sein wird oder befürchtet oder sonst was das wird einfach sein es ist insgesamt ein sehr einfacher heck dafür dass als hart eingestuft ist doch sage ich das und gleich werde ich schimpfen das hat auch als ob ich hier Ja, danke. Wieder hier runter, wieder davor schwimmen. Bing der Kuh. Moin. So. Den Midwaypoint brauche ich dann ja gar nicht auslösen, weil, wenn ich jetzt sterben sollte, müsste ich ja eh nochmal von vorne loslegen. Aber wir haben es jetzt im Prinzip. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, jetzt kann wirklich nichts mehr schief gehen. Außer ich drücke einmal zu oft nach unten und falle ins Wasser und gehe unter und keine Ahnung. Oder laufe sehnlich in den Normal Exit. So. Ist es ein neues Spiel oder ist es einfach nur der Secret Exit? Es ist so sinnlos. Okay. Gut. Aber dann haben wir das geklärt. Ab in den Mario Maker. Super Mario. Ich habe wohl gemerkt. So viel Zeit muss sein. Okay. Das ist... Im Prinzip ein normales Airship-Level. Okay. Okay, da kann ich nicht rein. Okay. Ich muss das drücken. Da hoch... Oh Mist. Ah, mit einer Feder komme ich da hoch. Klar. Da ist sie auch scharf. Zack, Nummer 1 haben wir. So, das ist Nummer 2. Ich hoffe mal, ich kann die Fehler behalten, weil ich glaube, die werde ich ein paar Mal brauchen hier. Da komme ich so nicht rein. Okay, dann muss ich da von der Mann dann... Da ist auch schon Nummer 3. Okay. Kann ich... Ach so, da ist ganz viel... Oh, ich kann da rein. Okay. Nein, das bin ich wieder am Anfang. Aber das heißt, ich kann es jederzeit resetten. Gut, hier wäre jetzt alles zu, wenn ich den Dings nicht richtig... Hä? Okay. Jetzt kann ich wieder nach vorne. Äh? Ach so, ich habe jetzt die Feder und jetzt komme ich hier drü... Ah, ja. Ich verstehe. So, und jetzt kann ich hier drüber laufen. Das ist wieder so eine Reset-Röhre. Hat jetzt mit Mario Maker nicht so viel zu tun? Es ist im Prinzip einfach ein Airship-Level mit On-Off. Dann gucken wir mal die zweite Feder mit. Da unten sind die Blöcke, die muss ich erst auslösen. Ja, ich kann da drüber. Das wäre aber wahrscheinlich, äh... Cheese. Was wollen wir nicht jetzt? Ist das einfach nur der Reset? Ja. Ah, aber jetzt habe ich die Shell dabei. Kann den hier machen. Got it. Und jetzt kann ich hier unten lang. Und dann mache ich das da und... So, hier. Und da brauchen wir wieder einen Block. Für ne Yoshi-Coin. Aber wie gesagt, ich hätte hier einfach hier drüber gekonnt. Also. Ja. Ne? Testet eure Level. TM. Okay, ich brauche... ...den Schalter nochmal für die Yoshi-Coin. Wo ist der Schalter noch? Ja, da ist jetzt das Ziel. Das ist nicht gut. Aber hier ist auch kein Stern. Oh. Ich habe nichts gesagt. Wie lö... Wait. Vielleicht soll ich das sogar so machen. Das wäre jetzt für mich der einzige Weg. Scheiße. Das wäre jetzt für mich der wirklich einzige Weg. Ich habe doch die Shell sofort hier. Da muss ich doch gar nicht den Weg ziehen. Hä? Na, aber das wäre jetzt für mich der einzige. Ich wiederhole mich. Äh, der einzige Weg... Das ist so gedacht. Ja, das ist so gedacht. Weil das ist der einzige, ich wiederhole mich. Das ist der einzige Weg, hier an die Yoshi-Coin zu kommen. Und jetzt kann ich hier den Stern auslösen. Ach, das ist der Quatsch wieder. Muss jetzt aber gut gucken, ob ich irgendwo zurück... Uäh, das ist... Das wird eng. Muss jetzt aber gut gucken, ob ich irgendwo zurück... Ja, da muss ich jetzt zurück. Woher soll ich denn wissen? Wie weit? Okay, da ist der Weg. Jetzt gehe ich einfach hier gerade durch. Und da ist das Ziel. Ich dachte, das haben sie damals... Es hat drei Dings eingebaut, aber es hat einfach überall eingebaut. Also, wenn es... Ich dachte, es war speziell für meine Dings. Aber das war... Es ist einfach für alle. Was ist das jetzt da? Battle Toads, okay. Jetzt müssen wir noch einen normalen Super Mario Maker abschließen. Aber das ist jetzt ja nicht das Problem. Haben wir schon das Ziel gesehen. Das ist ja übrigens das erste Mal, dass es ein normales Ziel mehr gibt. Auch strange, ne? So, da ist jetzt aber hier auch völlig egal, wie das ist. Wie das Schalter ist. Wir brauchen hier den Schalter nur für die Yoshi-Kreis. Ich komme ja so über das Level hier drüber. Mist! Ah, ich komme immer noch über das Level drüber. Null. Null. Ich komme immer noch über das Level. Ich weiß nicht, ob das einfach nicht durchdacht ist, oder? Wisst ihr, was noch nicht durchdacht war? Die Aktion gerade von mir. Ah, ei, 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 ei. Die war auch so nicht wirklich durchdacht. Okay. Aber es ist ja zum Glück alles kein weiter Weg hier. Alles easy going. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist einfach nur peinlich. Das ist es. Es ist sogar egal, wo ich durchs Ziel gehe. Es ist einfach nur Ziel. Okay. Machen wir erst Battletoads, bevor wir uns an I wanna be the guy machen. Bin ich auch dafür. Was? Soll das der Battletoads? Sah das im Wochenende? Ich hab Battletoads nie gespielt, sah das da. Aber ich hab mal, ich meine mal Videos gesehen zu haben und ich meine, das sah da anlass. Also die Figur, die jemand steuert. Aber egal. RIP. Ich glaub, die haben irgendwie so ein Auto gehabt, ne? Diese Frösche da. Egal. Ist mir wurscht. Wir spielen das so, wie's gedacht ist. Also eigentlich muss ich nur rauf und runter, ja. Das ist alles. Hä? War da vorne auch Münzen? Ich muss nur rauf und runter. Hä? Äh, 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 okay. Ah, okay. Jetzt, jetzt wird's ein bisschen anders. Zeigen die mir irgendwas an? Oben, unten, hoch? Nein, die waren einfach so... Ach du Scheiße! Kann ich das? Nice! Jetzt bin ich groß. Ich hoffe, jetzt... Ich geb mir den Hit jetzt. Nicht, dass ich... Ich glaub, es war schlecht, groß zu sein. Ich glaub, das war nicht die beste Idee. Oh no. Oh no. Oh no. Ich glaube, dadurch, dass ich groß war, wurde ich jetzt zerquetscht. Ich weiß es nicht, aber es kam mir so vor. Weil ich war doch ganz oben, oder nicht? Ich bin mir gut schlüssig. Ich glaube, groß sein sollte man hier nicht. Ach, Käse. So, jetzt kommen die komischen Viecher. Vielleicht gehen wir da wirklich gleich am Anfang durch. Solange die Lücken am größten sind. Dankeschön. So, jetzt kommen wieder die Steine. Wow. Und da war ich eigentlich ja ganz oben. Und dann wurde ich einfach zerquetscht. Weiß nicht. Ich glaub, es war, weil ich groß war. Ich weiß es aber nicht. Ich kann's nicht sagen. Fies wäre, wenn wir entgemeinten von Münzen und irgendwelche Blöcke kommen. So, wo man einfach überhaupt nicht mit Rechen umkommt. Ich möchte jetzt bitte nicht sterben. Das wird äußerst unangenehm. Okay, ich glaub, wir haben's. Hey, Wilson. Hey, PyTroll. Passed this boring level two? Good. But wait, how did you get here? Okay, so. Da ist der erste von den vier Schaltern. Yellow Blocks actuated. Before three you will have the power to repair what was once destroyed. Also die Kamera. Okay, wir haben den ersten Schalter gefunden. Sehr gut. Und damit ist der Stern jetzt vollständig. Also alles, was jetzt noch fehlt, ist das I Wanna Beat a Guy Level. Und dann kann man hier wahrscheinlich in die nächste Welt rein oder so. Okay, let's go. Okay, es ist ein Vulture. Es ist auch ein angenehmer Vulture. Ich sag ja, es wird einfach sein. Es sieht nur wie I Wanna Beat a Guy. Aus. Ich glaub, das Level will mir sagen, ich wollte es im nächsten Part spielen, weil ich gerade wieder dumm bin. Oh, die, oh, die, oh, die. Ist das... Hallo? Das hab ich wieder verpasst. Das wollte ich extra schnell sein, damit ich eben nicht nochmal eine extra Runde drehe. So, dann verpasse ich das Ding einfach wieder. Die Frage ist, gibt es hier wieder... Oh mein Gott. Das war knapp. Yoshi-Coins. Und bisher seh ich keine. Hä? Ach so. So gefällt mir das. Ich beruhig mich wieder, sorry. Ist das jetzt hier unten? Bonus, oder? Oh, die brauche ich wahrscheinlich sogar. Das ist wie wenn die aus den Bäumen rausfallen, aber das ist ein bisschen... Naja. Aber hier scheint es keine Yoshi-Coins zu geben. Das ist schon mal gut. Hä? Wofür war das jetzt? Warum soll ich die da oben abschießen? Keine Ahnung. Weil er sonst auf mich drauf rennt oder so, weil was weiß ich. Egal. So, hier passier. Oh mein Gott. Gut. Beat why? Ah! Tür. Äh. Jetzt. Oh mein Gott, das ist real. I wanna beat a guy. Oh Mann, dieses... Teil hoch muss. Am Ende, kurz vorm... Oh mein... Okay. Ja, aber gut, das ist halt egal. Ich hab dann den Wandsprung schafft oder nicht, ist halt völlig egal. Weil man halt... Oh mein Gott! Okay, ganz egal, ist es dann doch nicht. Da war die Zeit etwas knapp. Okay, ich nehm die mal lieber mit. Aber mir... Oh, da ist ein Mond. Aber mir scheint, wir haben's geschafft. Boss? Oh, es ist the guy. Die Monster, you don't belong in this world. Funny, I will banish you from existence by orders of Canin. Canin? What is this? Forget it. Let's fight. Oh mein Gott, das ist sogar der... Aua. Der... Der richtige Aufbau. Und er ist an den gleichen Stellen verbundenbar. Das ist nur deutlich einfacher. Und ich muss die Wallchumps in der Seite nicht nutzen. Huh. Das war einfach. So möchte ich das in I Wanna Be The Guy auch haben. Bitteschön. Wir haben immer noch nicht... Ich habe immer noch nicht den Boss geschafft übrigens in I Wanna Be The Guy. Das ist einfach ein Boss, den packe ich nicht. Wir haben das damals stundenlang gestreamt. Ich habe ihn einfach nicht geschafft. Und es hat sich bisher nicht geändert. So. Und damit kommen wir dann hier in die nächste Welt. Gucken wir mal rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier was verpasst hätte, könnte ich dann nochmal zurück. Ja. Okay. Also wenn man merkt, man hat den Switch nicht mitgenommen oder so, dann kann man nochmal zurück. So. Was haben wir jetzt hier? Inside the Computer. Ah. Das sind jetzt keine Level mehr. Also das sind schon noch... Also das sind keine Spiellevel mehr. Ah. Das war für die erste Welt. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendwie so. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich spiele es aber nicht. Das ist jetzt mehr so eigenes Levelzeug. Kein spezielles Spiel mehr. Aber das wird cool. Das gefällt mir. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Was hier alles noch so kommt. Da drüben ist dann der nächste Stern. Und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, was hier noch so alles kommt. Aber das scheint jetzt erstmal so Art einige Fabriklevel und sowas zu werden. Okay. Hiermit schließe ich die Aufnahme auch ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.